Ich merkte, ich bin der einzige Deutsche in der QW-Klasse, also einer dieser selbenen Spezies. Und ich merkte auch, dass ich nicht so schnell war, wie meine chinesischen Momentoren, Yahoo. Ich war auch nicht so emotional involviert, wie meine russischen Momentoren, Natascha. Auch nicht so scharf, wie mein japanischer Freund Katsuhiki. Ich merkte, ich war irgendwie anders, aber ich war auf der Suche. Und dann stellte ich fest, die spielen alle auf Yamaha. Herr Ramtheim, ich darf Ihnen vorstellen, was Sie hier sehen, ist ein Yamaha CFX 3.5. Seine Volllänge von 275 Zentimetern mit einer windschmittigen Höhe von 105 Zentimetern, 486 Kilo. Und diese Woche, das ist Ficht im Holz, 120 Jahre alt, gemischt mit einem kleiner Walrusmaserung, die sieht man nicht. Das ist ja alles vom Mantel mit einer 50-Lack-Spray-Technik. Und was Sie hier sehen, das ist nicht schwarz, das ist ägyptische Nacht mit Spiegeleffekt. 100% Wasserlicht. Also wer Kinder hat, weiß, wovon ich rede. Kommen wir zu den Details. Sie sehen hier, schwedisch-indraunig, vergoldet, die Rollen. Dann dänisches 70er-Jahr-Design. Hier, kombiniert mit japanischem Soundsystem. Hören Sie mal bitte. Ja, das macht den Unterdrehen. Das ist, gut, jetzt kann einer sagen, was mache ich im Sommer. Gute Frage, gute Antwort, Höhenvorsteller. Ja, das ist hier gar kein Thema. Wenn das Video da nicht ist, einfach 100. Ich habe es auch im Winter überhoffen. Haben Sie einen zu Hause? Haben Sie einen? So einen? Nee? Ja? Auf den Sinn. Ja, das ist, jetzt kann man sagen, 1,3 Millionen Euro ist eine Menge Geld für manche bei dir. Auch. Ich weiß, wir sind in Berlin. Aber, denken Sie da, drei Pedale zum Preis von zwei. 52 Weisertasten plus heute Abend. 36 schwarze, insgesamt 88 Tasten. Alle mit individueller Tonhöhe. So, den Stuhl gibt es dazu, dieser Bange. Das ist Frieden. Und das Beste an dieser Maschine, man muss noch nicht mal gut spielen. Auch das macht sie für einen. Wollen Sie mal? Das ist das Beste an dieser Maschine, man muss noch nicht mal gut氏門 Elaine mentalen sein. Untertitelung des ZDF, 2020